Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Ich möchte mit der Plenarsitzung fortfahren. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, möchte ich Sie darüber informieren, hinweisen, dass heute Abend zum Ende der Plenarsitzung das Friedenslicht von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern überreicht wird. Mit dem diesjährigen Motto Frieden gefällt mir wird aufgerufen, Internet und soziale Netzwerke zu nutzen, um Grenzen und Barrieren zwischen Menschen abzubauen und Freundschaften zu schließen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, der Übergabe des Friedenslichts beizuwohnen. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 23 auf. Es ist der Antrag der Fraktion der FDP betreffend Riederwaldtunnel A 66 und A 66 I, Drucksache 19, 42, 76. Er wird aufgerufen mit Tagesordnungspunkt 43, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Landesregierung trägt Sorge für einen zügigen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main, Drucksache 19, 43, 27. Die vereinbarte Redezeit beträgt zehn Minuten. Als erstes rufe ich Kollegen Lenders von der FDP-Fraktion dazu auf. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, dass Hessen das Transitland Nummer eins ist, das haben wir schon oft besprochen, und dass Dauerstaus auf der A 3 und A 5 zum Alltag gehören, das wissen wir auch. Genau deswegen hat der Bund dann auch in dem Bundesverkehrswegeplan für bis 2030 klare Akzente Mittel gesetzt für die Sanierung, Ausbau und Neubau von Autobahnbundesstraßen in Hessen. Meine Damen und Herren, am 2. Dezember hat der Bundestag dem Bundesverkehrswegeplan 2030 zugestimmt, zugestimmt aber nicht in der von der Bundesregierung im August beschlossenen Version, sondern vielmehr mit den Änderungen im Verkehrsausschuss. Was fehlt dort, meine Damen und Herren? Es fehlt der Ausbau der 661, die Ostumfahrung Frankfurts. Damit ist der Bau des Riederwaldstunnels massiv gefährdet. Seit vielen Jahren kämpft die Region um den Lückenschluss zwischen A 661 und A 661. Das ist der Bau des Riederwaldstunnels mit dem Anschluss an das Autobahndreieck Erlenbruch. Seit Jahren sind die Anwohner und Pendler massiv belastet. Seit Jahren warten die Wirtschaft von Frankfurt, warten die angrenzenden Städte in der Wetterau wie Bad Vilbel, Karben, Schöneck, Niederau, aber auch Städte im Main-Kinzig-Kreis, der Region Offenbach bis hin zum Landkreis Fulda auf eine Lösung. Meine Damen und Herren, es ist nicht nur für die Pendler und für die Anwohner ein Ärgernis. Vor allen Dingen wird, wenn die A 661 nicht in der geplanten Form kommt, erhebliche Entwicklungspotenziale der Stadt Frankfurt genommen werden. Das sollte man hier auch immer wieder sagen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD, der SPD und der LINKEN Meine Damen und Herren, schauen wir auf die Chronologie der Ereignisse. Im November letzten Jahres verkündete Herr Staatsminister Al-Wazir den Baustopp für den Riederwaldtunnel, der Planfeststellungsbeschluss von 2007. Ich erinnere einmal an Herrn Verkehrsminister Dr. Riel. Der Planfeststellungsbeschluss sei fehlerhaft und müsse durch eine Planänderung neu aufgesetzt werden, um offene Fragen zu klären. Meine Damen und Herren, das kann vorkommen. Das ist ein großes Ärgernis. Aber Herr Staatsminister Al-Wazir verkündete nun, dass es frühestens 2018 losgehen würde. Meine Damen und Herren, das ist eine Aussage, die mir z.B. in dem Antrag, den CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN uns hier noch vorgelegt haben, dazu fehlt dann auch jegliche Aussage. Es wäre gut, wenn der Staatsminister dann hier für Klarheit sorgen würde. Meine Damen und Herren, damit der Riederwaldtunnel aber nicht nur baulich, sondern auch verkehrstechnisch sinnvoll realisierbar ist, hat das Land veranlasst unter Verkehrsminister Florian Rentsch den sechsstreifigen Ausbau der Riederwaldtunnel und beim Bund dann auch zum Bundesverkehrswegeplan vorgeschlagen. Meine Damen und Herren, ohne den Ausbau der A 661, die schon heute stark belastet ist, ist der Riederwaldtunnel als Lückenschluss zur A 66 nicht realisierbar. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Ansonsten entsteht hier ein Flaschenhals für den Verkehrsfluss. Meine Damen und Herren, man macht Verkehrsplanung, damit der Verkehr fließt, nicht damit er auf der Autobahn im Stau steht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Müller, vielleicht gehen Sie gleich in Ihrer Rede darauf ein. Ich will es ausdrücklich sagen, es geht uns hier nicht um den Riederwaldtunnel, sondern um den Ausbau der A 661. Auf der einen Seite haben Sie einen sechsspurigen Ausbau, dann fahren Sie einen Flaschenhals, und auf der anderen Seite enden Sie in einem vierspurigen Ausbau. Der Dauerstau auf der Autobahn ist somit vorprogrammiert. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Egal, ob man für oder gegen den Tunnel ist, jedem ist klar, dass beides, die A 661 und der Tunnel, nur zusammengehen. Das sagen die Fachleute so, das sagen die IHK so, das sagen die Stadt Frankfurt so und sogar die Bürgerinitiativen, die gegen den Tunnel sehen, aber genau das als Problem auch an. Meine Damen und Herren, genau deswegen hatte der Bund den Ausbau der A 661 auch in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 aufgenommen. Er ist da sogar extra vermerkt. Das Projekt ist dringend anstehend. Es sind Fakten, die Sie hier gar nicht wegdiskutieren können. Es macht ja auch Sinn, denn schauen wir uns das einmal an. Die Pendler fahren nicht 70 km Umweg komplett einmal um Frankfurt herum. Das ist etwas, was uns der Staatsminister als Alternative vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, man könne die anderen Tangenten, die vorhandenen Routen, dann ausbauen. Aber es ist eben auch so, dass Staatsminister Al-Wazir Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, damit der Ausbau der A 661 nicht kommt. Er setzt beim Bund durch, dass die Strecke aus dem vordringlichen Bedarf engpass herabgestuft worden ist. Wenn man einmal den Riederwaldtunnel kaputt machen will, aber nicht als derjenige gelten will, der ihn kaputt macht, dann macht man es genau so. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Meine Damen und Herren, auch an die Kollegen der CDU, da wundere ich mich schon, wenn Sie uns diesen Antrag vorlegen, der auch die Alternativen aufweist. Da ist z.B. vom Schienenverkehr die Rede. Frau Müller, wir beide sind beim ÖPNV nicht immer einer Meinung, aber wir wissen beide, dass Sie etwas wie die Nordmainische S-Bahn bauen können. Da werden Jahrzehnte vergehen. Allein bei dem Ausbau der ICE-Strecke Fulda-Frankfurt bis diese Alternative kommt, bin ich ratzegrau. Okay, der Friseur hilft manchmal an der Stelle. Ich habe keine Haare mehr. Dann habe ich überhaupt keine Haare mehr. Das werde ich auf jeden Fall hier nicht mehr erleben. Davon bin ich fest überzeugt. Das ist also keine Alternative für die Pendler. Auch die anderen Alternativen, die Sie beschreiben, den Verkehr auf die vorhandenen Achsen zu konzentrieren, stellt auch keine ernsthafte Alternative dar. Deswegen muss man sich als CDU schon einmal fragen lassen, was Sie eigentlich geritten haben. Diesen Antrag hätten Sie nicht stellen müssen. Das eine ist, wie der Staatsminister Al-Wazir hier versucht, über die Hintertür den Riederwaldtunnel dann doch noch wegzubekommen. Das andere ist, dass eine CDU-Fraktion solch einen Antrag hier mit einbringt ohne Not. Das ändert an der Regierungspolitik erst einmal überhaupt nichts. Aber Sie als CDU verabschieden sich von dem Projekt A 661 und damit vom Riederwaldtunnel. Meine Damen und Herren, ich sage das hier noch einmal klipp und klar. Was wird aus dem Riederwaldtunnel? Das ist eine Frage, die wir hier gerne einmal beantwortet hätten. Bleibt es bei 2018, oder wird es noch länger? Meine Damen und Herren, es ist die Frage, wie Sie Verkehrspolitik machen, diese Strategie erst zu verzögern und dann am Ende zu verhindern. Das ist uns nicht neu. Das haben wir schon einmal erlebt, und zwar bei dem Ausbau der A 44, bei dem Lückenschluss. Denn da haben die GRÜNEN genau die gleiche Strategie verfolgt. Erst verzögern auf Teufel komm raus. Damit eine Autobahn so teuer zu machen, wie es noch keine Autobahn in Deutschland geworden ist, und sich anschließend dahin stellen und sagen, was das alles für ein Unsinn ist. Nein, meine Damen und Herren, Ihre Verkehrspolitik von den GRÜNEN ist kompletter Unsinn. Danke, Herr Kollege Lenders. Als Nächste spricht Frau Kollegin Müller von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da muss ich nach der Rede von Herrn Lenders doch einmal tief Luft holen. Es ist wirklich unglaublich, dass Sie hier beklagen. Es ging nicht voran mit der Schieneninfrastruktur. Wir haben es hier, glaube ich, schon tausendmal diskutiert. An wen lag es denn, dass es nicht voranging? An Ihren Verkehrsministern. Eingangs in Ihrer Rede haben Sie gesagt, es ging nicht um den Riederwaldtunnel. Na ja, das steht nur in Ihrem Antrag. Es geht nicht um den Riederwaldtunnel. Natürlich geht es Ihnen in Ihrem Antrag um den Riederwaldtunnel. Aber es geht Ihnen nicht um die Sache beim Riederwaldtunnel. Ich würde einmal sagen, dass alle Jahre wieder kommt das Christkind und der Lenders um diese Jahreszeit hier an das Rednerpult immer wieder mit den gleichen Themen. Letztes Jahr um diese Zeit hieß Ihr Setzpunkt Riederwaldtunnel nicht weiter verzögern, grüne Blockadepolitik beim Straßenbau beenden. Damals haben Sie dem Riederwaldtunnel noch die A 49 drangehangen, jetzt die A 66 und die A 661. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. So viele Autobahnen gibt es nicht mehr. Sie haben ja auch schon sanft übergeleitet auf nächstes Jahr. Wahrscheinlich heißt es dann nächstes Jahr Riederwaldtunnel ausbauen und die A 44. Wir können ja einmal eine kleine Wette machen. Das Schlimme daran ist, ich habe es schon einmal gesagt, Sie suggerieren, es ginge Ihnen um die Sache und um die Menschen in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet. Darum geht es Ihnen aber gar nicht. Damit vollziehen Sie eine enorme Verdrängungsleistung, die schon wirklich bemerkenswert ist. Sie setzen immer wieder auf die Tagesordnung, die Sie selbst hätten ändern können, auch der Riederwaldtunnel. Aber Sie haben es nicht getan. Sie machen das jetzt auf populistische Weise zum Thema. Bei all diesen Themen, bei dem Riederwaldtunnel, aber auch bei K&S und beim Landesentwicklungsplan, den Sie auch verabschiedet haben und hinterher nichts mehr davon wissen wollen, frage ich mich, wie es jemals dazu kommen konnte, dass die FDP sich Rechtsstaatspartei genannt hat. Nichts mehr davon ist übrig. Sie arbeiten jedenfalls kräftig daran, dass Ihnen niemand mehr irgendetwas glaubt. Unter Ihrer Verantwortung wurde das Projekt Riederwaldtunnel durchgezogen, ohne auf die Bevölkerung oder auf eine valide Datengrundlage Rücksicht zu nehmen. Die BI Riederwaldt hat 2013 dem Verkehrsminister Rentsch unter anderem ein offener Brief in der Funktion als Verkehrsminister auf die unrealistische Verkehrsprognose hingewiesen. Was haben Sie gemacht? Vollkommen ignoriert. In diesem Brief stand das, was jetzt nachgeholt werden muss, nämlich dass der Lkw- und der Pkw-Verkehr nicht realistisch dargestellt und prognostiziert sind. Die Peinlichkeit liegt bei Ihnen, Herr Rentsch. Mit der damaligen Planung, mit der ein symbolisch zu nennen der Spatenstich im Jahr 2009, also kurz vor der Wahl, begonnen wurde, lag eine Bevölkerungsprognose von 650.000 Einwohnerinnen für 2030 zugrunde. Im Jahr 2013 hatte Frankfurt aber bereits 687.785 Einwohner. Ende 2015 waren es bereits 732.668 Einwohner, und Frankfurt selbst rechnet für 2030 mit 810.000 Einwohner. Diese Zahlen, ein bisschen abweichen, aber da können Sie gerne den Faktencheck machen, meine sind von Wikipedia, nennen Sie jetzt in Ihrem Antrag selbst. Noch mehr Verträgungsleistung geht doch gar nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Da kann man aufgrund der Zahlen zu keinem anderen Schluss kommen als dem, dass Sie damals das Projekt auf Kosten der Rechtssicherheit durchgeboxt haben. Aber auch Ihnen dürfte doch bekannt sein, dass ein rechtmäßiges Verfahren auf Grundlage aktueller Tatsachen Voraussetzung ist für einen rechtssicheren Planfeststellungsbeschluss. Oder ist das bei Ihnen nicht angekommen? Sich jetzt wiederholt hinzustellen und dem aktuellen Verkehrsminister vorzuwerfen, er würde nichts tun, ist einfach eine Frechheit. Aber man kann natürlich auch eine Strategie dahinter erkennen. Man schleimt sich bei der IHK ein. In Ihrem Antrag erwähnen Sie das. Ein anderes Projekt, wo Sie sich bei der IHK Kassel-Marburg einschlagen haben, ist die Nordspange. Vorgestern gab es eine Veranstaltung mit Herrn Posch, der jetzt die Nordspange und die Trassenführung verkündet. 2010 hat Herr Posch die Nordspange vom Tischgewicht und gesagt, dass es keine Variante realisierbar ist. Vor zwei Jahren kam die Diskussion erneut auf. Damals hieß es wieder, dass es keine Variante umsetzbar ist. Dann kommen wir noch zur Einstufung der 661. Das hat Herr Al-Wazir Ihnen auch schon einmal erklärt, aufgrund eines Berichtsantrags der SPD im Wirtschaftsausschuss. Er steht noch einmal in unserem Antrag. Das können Sie gerne noch einmal nachlesen. Deswegen erspare ich Ihnen das an der Impfstelle. Jetzt passe ich einmal kurz zusammen. Sie kümmern sich um Ihre 5 %. Wir kümmern uns um die Menschen. Wir kümmern uns darum, dass der Verkehr fließt, indem wir uns nicht nur um die Straßen kümmern, sondern uns um ein gutes ÖPNV-Netz kümmern, eine gute Schieneninfrastruktur, wie die Nordmännische S-Baden, Geldberg-Gadens, Knoten Frankfurt, Regionaltangente West, Fulda Frankfurt, Rhein-Main-Rhein-Neckar. All diese Dinge sind jetzt mit dem jetzigen Verkehrsminister erst einmal ordentlich auf die Schiene gesetzt worden. Bei Ihnen ist gar nichts passiert. Das entlastet nämlich auch die Straßen und damit auch die Menschen von Lärm und Abgas und sorgt für eine stressfreie Mobilität. Ihr Setzpunkt war also heute aus unserer Sicht wieder ein Eigentor. Wir sind aber trotzdem gespannt, worüber wir uns nächstes Jahr freuen können. Über die Haupt2019 Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. – Für eine Kurzintervention hat man Herr Kollege Lenders zu Wort gemeldet. Herr Kollege, es geht zwei Minuten. Herr Wagner, Sie sind eher immer sehr komisch. Frau Müller, eines will ich Ihnen sagen, der Versuch, immer die Vorgänger von Herrn Al-Wazir quasi ins Kreuzfeuer zu nehmen und denen quasi die Schuld in die Schuhe zu schieben. Frau Müller, spätestens bei der Herabstufung der A 661 wird Ihnen das nicht mehr gelingen. Da waren weder Herr Posch noch Herr Riel noch Herr Rentsch beteiligt. Das alleine ist Verantwortung in Ihrem Ministerium und sonst bei keinem. Dafür tragen Sie die Verantwortung. Danke, Herr Kollege Lenders. – Frau Kollegin Müller, Sie hätten die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. – Nein? – Gut. – Dann rufe ich Herrn Kollegen Frankenberger von der SPD auf. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Jahre wieder – man könnte schon sagen, alle Monate wieder – können wir hier einen Streit zwischen GRÜNEN und FDP über die richtige Verkehrspolitik beobachten. Manchmal ist das amüsant, manchmal ist das auch zielführend. Aber ich finde, die FDP hat recht, dass sie die Rückstufung der A 661 zum Thema hier im Landtag gemacht hat. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Mürvet Öztürk – Es ist richtig, Herr Kollege Müller. Der Minister hat das im Ausschuss aufgrund eines Berichtsantrags unserer Fraktion alles erklärt. Aber dass einen die Antworten überzeugt haben, das kann ich nun nicht gerade sagen. Insofern ist es auch einmal richtig, dass wir das hier auch noch einmal alles ansprechen. Ich will auch einmal mit dem Riederwaldtunnel anfangen, weil ich glaube, ungefähr vor einem Jahr war das auch Thema hier im Landtag. Liebe Kollegin Müller und auch Herr Minister Al-Wazir hat die SPD-Fraktion volles Verständnis dafür, dass man dafür sorgen will, dass Planfeststellungsbeschlüsse sorgfältig gemacht werden, dass sie rechtssicher gemacht werden. Wir wissen alle, wenn die Beschlüsse nicht gerichtsfest sind, dann wird das ganze Projekt dadurch letztendlich immer wieder teurer und letztendlich auch wird das alles viel später realisiert. Die Nordhessen mit der A 44 wissen genau, von was wir da reden. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass damals eine andere Verkehrsprognose die Grundlage dafür war, dass sozusagen das Verfahren wieder neu aufgerollt worden ist. Wissen Sie, das hat mich damals schon nicht so richtig überzeugt, dass man zwei Jahre nach Amtsantritt auf einmal merkt, dass die Zahlen des Vorgängers nicht mehr stimmen könnten und dass man dann gemerkt hat, dass Frankfurt auf einmal einen Bevölkerungszuwachs hat. Damals hat der Minister hier nicht erklären können, warum ihm das erst nach zwei Jahren aufgefallen ist und warum er dann plötzlich vor der Kommunalwahl den Riederwaldtunnel sozusagen das Verfahren wieder neu aufgerollt hat. Mir ist das damals nicht schlüssig geworden und der SPD-Fraktion damals auch nicht. Ich kann mich noch erinnern, das war damals so, dass der Vorgänger im Amt schob dann die Verantwortung auf den jetzigen Amtsinhaber. Das ist bei der Zweijahresfrist durchaus berechtigt gewesen. Der Minister keilte dann zurück. Dann ging man noch weiter in die Vergangenheit und war dann irgendwann bei Minister Riel. Das fand die CDU dann nicht so ganz toll, wenn man in die Gesichter hineingeschaut hat. Ich fand das Ganze so richtig schön interessant. Aber an der Sache selbst hat das Ganze nichts verändert. Das ist das Problem. Wir reden darüber, dass die Bewohner der Rhein-Main-Region noch länger auf die Realisierung des Riederwaldtunnels warten müssen und Schwarz-Grün. Ich finde, man muss auch einmal als Regierungskoalition dazu stehen, dass man Verantwortung trägt. Wir debattieren hier immer über Regierungspolitik. Was wir im Moment nicht zum ersten Mal merken, ist, dass man sich versucht, aus der Verantwortung zu stehlen, indem man auf die vermeintlichen Fehler der Vorgängerregierung abhebt. Das ist nicht in Ordnung. Sie wollten diese Verantwortung. Da müssen Sie auch aushalten, dass wir Sie bei dieser Verantwortung bei Wort nehmen und auch dafür kritisieren, wenn Sie unserer Ansicht nach etwas nicht richtig machen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Im September dieses Jahres haben die Bewohner der Region mit Verwunderung die Pendler mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen, dass im Entwurf des Bundesverkehrswegeplans der enthaltene sechsstreifige Ausbau aus dem vordringlichen Bedarf herausgenommen wurde und dass er jetzt im weiteren Bedarf mit Planungsrecht enthalten ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass der sechsstreifige Ausbau der A 61 nicht vor 2031 begonnen wird. Das ist der Fakt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 der FDP hat das im Ausschuss damit begründet, dass aus verkehrlichen Gründen die Mittel, die man für den Ausbau der A 661 im Entwurf vorgesehen waren, auf die A 5 und A 3 umgelenkt hat, weil da angeblich der verkehrliche Entlastungseffekt größer wäre als bei der A 661. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war bei den Gesprächen nicht dabei. Keiner von der SPD-Fraktion war dabei. Aber, wie gesagt, das Ergebnis ist jedenfalls von den Pendlern mit Entsetzen aufgenommen worden. Wir haben dann den Minister im Ausschuss gefragt, warum er sich denn dann nicht für die Aufnahme von beiden Projekten, nämlich A 3, A 5 und A 661, eingesetzt habe. Das wäre doch für einen Minister, der Verantwortung in diesem Land trägt, das Richtige gewesen, zu sagen, ich lasse nicht die eine Maßnahme gegen die andere ausspielen, sondern ich setze mich für die lärmgeplagten Anwohner, für die Pendler in meinem Bundesland ein, und dann will ich dafür sorgen, dass beide Maßnahmen realisiert werden. Nichts. Es gab von dem Minister keine Antwort. Ich will Ihnen einmal schildern, wie das andere Bundesländer machen. Bayern und Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg auch ein grüner Verkehrsminister, und das, was ich jetzt sage, können Sie im Internet nachverfolgen, haben sofort, nachdem im Frühjahr dieses Jahres der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans vorlag, eine umfangreiche Stellungnahme Ihres Bundeslandes erarbeitet, in der Sie begründet haben, warum Sie der Auffassung sind, dass vorgesehene Maßnahmen in Ihren Bundesländern in eine höhere Kategorie in dem vorliegenden Entwurf des Bundesverkehrswegeplans eingestuft werden müssen. Das nenne ich Interessenvertretung für die Bundesländer. Meine Damen und Herren, man konnte das im Internet nachlesen. Für jede einzelne Maßnahme war nachvollziehbar, warum der zuständige Minister der Auffassung war, dass diese Maßnahme höher eingestuft werden musste. Was hat Hessen gemacht? Welches Engagement hat der Minister gezeigt, um eine höhere Einstufung von hessischen Projekten zu erreichen? Auf alle Fälle hat er sich nicht so viel Müge gegeben wie seine Kollegen aus den benachbarten Bundesländern. Stattdessen hat er auf die vom Bundesverkehrsministerium geforderte strategische Umweltprüfung hingewiesen. Das war die Stellungnahme des Landes Hessen zum Bundesverkehrswegeplan, und das war das Einsetzen der Landesregierung für hessische Projekte im Bundesverkehrswegeplan 2030. Das ist aus unserer Sicht kein starker Einsatz für die Infrastruktur unseres Bundeslandes. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sie gar nicht so richtig mitbekommen, was da im Verkehrsbereich gemacht bzw. nicht gemacht wird. Sie ducken sich weg in der Hoffnung, das wird schon irgendwie gut gehen. Es ist wirklich enttäuschend, was die vor der Wahl selbst zur Infrastrukturpartei ernannte CDU jetzt alles so hinnimmt. Man stelle sich einmal vor, eine sozialdemokratisch geführte Landesregierung hätte es gewagt, keine Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan abzugeben. Meine Damen und Herren, mal zur Erinnerung. Im Bundesverkehrswegeplan, der Sack ist jetzt zu, werden die Infrastrukturnamen bis zum Jahr 2030 festgeschrieben. Die CDU hätte ein riesiges Getöse hier im Landtag veranstaltet. Infrastrukturfeindlich, Autofeindlich, all die ganzen Begriffe wären hier im Landtag gefallen. Jetzt duckt man sich weg. Der Kollege Gaspar wird wahrscheinlich nachher wieder mühsam eine Verteidigungsrede für die Minister, die ablassen. Mehr kommt dabei nicht heraus. Nein, meine Damen und Herren, der CDU ist der Koalitionsfrieden wichtiger als die Infrastruktur unseres Bundeslandes. Unterm Strich bleibt festzuhalten, dass ein Beitrag dieser Landesregierung zur Lösung der verkehrlichen Probleme ist das Ausspielen der Maßnahme A 3 und A 5 zulasten der A 661 nicht. Meine Damen und Herren, Sie äufert im Abschnitt 6 die Besorgnis, dass die Realisierung des Riederwaldtunnels massiv gefährdet ist. Ich glaube, ganz so einfach ist dieser Zusammenhang nicht herzustellen. Es wird alles viel schwieriger, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben die Hoffnung, dass das sozusagen auch die Befürchtung von Ihnen nicht zutreffen wird. Meine Damen und Herren, größere Gefahr droht für das Projekt meines Erachtens dadurch, dass es Zeitverzögerungen in der Realisierung gibt, beim Planfeststellungsverfahren usw. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Ende. Damit bleibt festzustellen, dass das größte Risiko für den Riederwaldtunnel auch für die Infrastruktur unseres Landes ist, dass diese Landesregierung nach 2019 weiter Verantwortung trägt. Aber wir arbeiten mit aller Kraft daran, dass dieses Risiko nach 2019 nicht mehr existiert. Herr Kollege, letzter Satz. Damit es nicht heißt, heute bleibt sich Küche kalt, wir stehen im Stau im Riederwald. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Kollege Frankenberger. Als nächster Redner spricht nun Kollege Caspar von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Frankenberger, Sie haben damit geendet, dass die Küche kalt bliebe. Also, die Frankfurter würden sagen, die Rede war ein kalter. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Aber, meine Damen und Herren, für Hessen ist Infrastruktur essentiell, und der Ausbau von Infrastruktur ist essentiell. Sie haben hier den Bundesverkehrswegeplan angesprochen. Richtig ist, dass früher die Verteilung der Mittel in Deutschland im Wesentlichen nach dem Königsteiner Schlüssel ging bei Infrastrukturmaßnahmen. Das heißt, Hessen hatte 7,4 %. Dann war es so, dass Ministerpräsident Bouffier und auch der zuständige Minister Al-Wazir viele Gespräche mit der Bundesebene geführt haben, um Einfluss darauf zu nehmen, dass dieser Anteil für Hessen erhöht wird. Herr Kollege Frankenberger, Sie haben hier erzählt, andere tun nichts. Ich habe nicht mitbekommen, dass die SPD von Hessen entsprechende Gespräche mit dem Koalitionspartner auf Bundesebene von uns geführt hat, um in gleicher Richtung etwas zu bewegen. Nein, das mussten wir alleine machen. Die SPD stellt zwar hier Forderungen auf, aber dort, wo sie etwas bewirken können, auf Bundesebene, waren sie eben nicht engagiert dabei, für Hessen etwas herauszuholen. Das hat erfolgreich der Ministerpräsident und dieser Minister hier geschafft. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja, die Infrastruktur ist wichtig für Hessen, die Angebote für Verkehrsdienstleistungen. Dazu gehören Schienenverbindungen, dazu gehören Straßenverbindungen, dazu gehören die Wasserwege und dazu gehört der Ausbau des Flughafens. In allen Bereichen sind wir unterwegs und tätig. Dass ausgerechnet Sie von der SPD uns da jetzt Vorwürfe machen, ist schon komisch, um einmal das Thema Flughafen zu nennen. Herr Feldmann, ich glaube, er hat auch irgendetwas mit Ihrer Partei zu tun. Er sagt uns immer etwas ganz anderes als das, was Sie hier erzählen, oder was Herr Weiß im Ausschuss zum Thema Flughafen erzählt. Also, Sie müssen schon einmal sehen, wenn Sie hier so etwas vortragen, dass ausgerechnet Sie nicht die Partei sein sollten, die anderen vorwerfen kann, dass Sie sich nicht für die Infrastruktur in unserem Land einsetzen. Richtig ist, dass der Riederwaldtunnel und auch der Ausbau der A 661 eine wirklich lange und endlose Geschichte ist. Aber richtig ist eben auch, dass die entsprechenden Planungen im Jahr 1974 begonnen haben. Sie können ja der Union viel vorwerfen, aber dass sie nun seit 1974 in Hessen regieren würde, werden Sie wahrscheinlich nicht sagen. Insoweit glaube ich nicht, dass man das jetzt einfach an irgendwelchen Parteien festmachen kann. Richtig ist natürlich auch, wenn man eine Planung macht, und das sind eben die Planungen aus den 70er-Jahren gewesen, eine Autobahn durch eine Stadt zu führen, dass natürlich die Widerstände und die Dauer, so etwas durchzusetzen, größer sind, als wenn man zum Beispiel eine Lösung gemacht hätte, die Autobahn durch das heutige Maintal zu führen, nämlich außerhalb der Stadt zu führen, wo wir erheblich weniger Besiedlung haben, die den Verkehrslärm erleiden sollen. Denn eine große Intention dieses Baus der A 661 ist gewesen, die Menschen vom Verkehr zu entlasten. Es geht hierbei darum, dass die Menschen, die im Riederwald wohnen oder in den östlichen Frankfurter Stadtteilen, vom Verkehr entlastet werden. Nur noch besser wäre natürlich eine Version gewesen, eine Autobahn so zu planen, dass sie nicht unmittelbar an diesen Stadtteilen vorbeiführt. Aber auch das ist etwas, was in sehr früher Zeit, nämlich in den 70er-Jahren, von Ihnen verantwortlich festgelegt wurde und womit wir alle jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten zu kämpfen haben. Auch das, glaube ich, darf man nicht vergessen. Meine Damen und Herren, wenn es uns aber gelungen ist, für die Infrastruktur so viel Geld wie noch nie vom Bund zu bekommen als Hessen, nämlich etwa 12 % der gesamten Bundesmittel anstelle von 7,4, wie das früher war, ist es gleichwohl so, dass es nicht sofort für alle Projekte reicht. Dann müssen eben Prioritäten gesetzt werden. Dann muss man sich anschauen, wie die Verkehrsaufkommen sind. Wenn Sie die Situation um Frankfurt herum kennen würden, dann würden Sie sehen, wir haben große Engpässe im Bereich der A 5, wir haben Engpässe im Bereich der A 3 und wir haben eine A 661, die zwar theoretisch vier Spuren hat, aber teilweise auf einem Straßenraum geführt, wie er nur für zwei Spuren vorgesehen ist. Es ist also noch nicht einmal der vierspurige Ausbau realisiert. Wenn das so ist, dann macht es doch Sinn, an den Stellschrauben, wo es Bewegungsmöglichkeiten gibt, diese auch umzusetzen. Genau das erfolgt in der entsprechenden Priorisierung. Das heißt, es erfolgt eine Verstärkung im Bereich A 3, im Bereich A 5, hier vor allem der Knotenpunkte. Denn das sind die Engpässe. Das konnte man heute Morgen auch wieder sehen. An dem Wiesbadener Knoten der Rückstau und die Staubildung erfolgen wegen nicht ausreichender Kapazität an den Autobahnkreuzen und Autobahnknoten. Deswegen ist das, glaube ich, mit Priorität zunächst einmal durchzuführen. Das geht auch am schnellsten. Deswegen ist es auch richtig, dass man hier eine entsprechende Priorität hineingebracht hat. Richtig ist aber auch, dass wir sagen, wenn der entsprechende Verkehrsbedarf bei der A 661 da ist, dass es dann mit dem nächsten Schritt, nämlich dem endlich vollständigen vierspurigen Ausbau der A 661, nicht enden muss, wenn entsprechender Verkehrsbedarf da ist. Deswegen ist auch nicht, wie es so getan wird, das Projekt herausgenommen worden. Sondern es gibt gleichwohl die Möglichkeit, nach der Realisierung der jetzigen Planung anschließend daran zu gehen, die nächste Planung zu erstellen. Auch das gibt der Bundesverkehrswegeplan in der jetzt vom Bundestag verabschiedeten Fassung vor, sodass wir nicht sehen können, dass es hier zu Verzögerungen kommt. Hinsichtlich des Riederwaldtunnels, den Sie auch aufgerufen haben, muss man allerdings feststellen, dass nun einmal tatsächlich die Einwohnerzahlen und damit auch die Verkehrsmengen sich in den letzten zwei, drei Jahren erhöht haben. Da kann sicherlich niemand ernsthaft sagen, das hätte man schon vor fünf Jahren wissen müssen. Das war eben nicht so absehbar. Wir sind in den Jahren 1995 bis 2000 in Hessen mit sehr stabilen Bevölkerungszahlen gesegnet gewesen, immer etwas um 6 Millionen € herum. Wir haben dann in den Jahren 2013, 2014 und 2015 auch in diesem Jahr einen Bevölkerungszuwachs bekommen, und dies schwerpunktmäßig in den Ballungsräumen. Natürlich wirkt sich so etwas aus und muss in den Verkehrsprognosen und in den Planungsunterlagen mit aufgenommen werden. Wenn Sie das nicht tun und das wird beklagt, dann wissen Sie, das fällt in sich zusammen, und dann würde die ganze Sache noch länger dauern. Das kann natürlich nicht in unserem Interesse sein. Meine Damen und Herren, ich kann daher feststellen, uns als CDU wäre es erheblich lieber, wenn viele dieser Projekte schneller vorankämen. Auch hier sind wir für die Zukunft guter Dinge. Denn wir bringen gerade gemeinsam mit der Bundesebene auf den Weg, dass das Ganze in einer Bundesfernstraßengesellschaft in Zukunft vom Bund gemacht werden soll, was den Vorteil hat, dass derjenige, der uns das Planungsrecht beschert, nämlich der Bund dann auch für die Kosten aufzukommen hat und insoweit sicherlich eine Motivation haben wird, die Dinge effizienter zu organisieren, als sie bisher organisiert sind. Momentan müssen wir aber mit den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen leben. Wie Sie alle wissen, ist das Planungsrecht, das wir dort haben, eben eines, was zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen geführt hat. Wenn ich sage, Planungsbeginn war 1974, dann verdeutlicht das eben, dass das ein Thema ist, das völlig unabhängig von parteipolitischen Aufstellungen ist. Deswegen meine ich, eignet es sich auch nicht gerade zu einer parteipolitischen Auseinandersetzung. Wir stehen jedenfalls dafür, dass Infrastruktur in Hessen weiter ausgebaut werden muss, soll und wird. – Vielen Dank. Vizepräsidentin Heike Habermann Vielen Dank, Herr Kollege Caspar. – Als nächste Rednerin spricht Frau Kollegin Wissler von der LINKEN-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir wiederholen heute dank der FDP die Debatte von vor genau einem Jahr. Darauf ist schon hingewiesen worden. Bei einem gebe ich der FDP ja recht, wie auch immer man – eine kaputte Uhr hat auch zweimal am Tag recht, wie Sie wissen – zu den Ausbauten selbst steht. Es ist ein heilloses Durcheinander. Der Riederwaldtunnel wird derzeit auf eine neue Planungsgrundlage gestellt, wie Sie, Herr Minister, es vor einem Jahr angekündigt haben – verzögert sich und wird jetzt unter Umständen von der Bürgerinitiative erneut beklagt werden. Der Fertigbau der A 661, die den Verkehr aus dem Tunnel ausnehmen soll, ist jetzt erst einmal auf die unbestimmt lange Bank geschoben worden. Das Autobahntreib, das beides verbinden soll, wird derweil munter gebaut. Wir finden es richtig, dass der Baubeginn des Riederwaldtunnels aufgeschoben wurde, um den geplanten Lärmschutz sowie die allgemeine Verträglichkeit für Natur und Menschen noch einmal zu überprüfen. Neben dem Tunnelabschnitt gehören ja auch neue und ausgebaute oberirdische Strecken an A 66 und A 661 sowie ein neues oberirdisches Autobahndreieck mitten in der Stadt zu dem Bauprojekt. So etwas würde man heute zu Recht nicht mehr so planen. Die Belastungen für Mensch und Natur sind einfach viel zu hoch. Die zu großen Teilen in den 80er-Jahren genehmigten Planungen und Prognosen wären heute eigentlich hinfällig und müssten dringend überprüft werden. Insbesondere auch für den durch den Tunnel notwendigen Ausbau der A 661 wäre dringend ein neuer Planfeststellungsbeschluss mit neuen und abe den aktuellen Lärmschutzregelungen nötig. Der aktuelle stammt noch aus dem Jahr 1980, nachträglich ergänzt im Jahr 1994. Es muss der größtmögliche Schutz für Mensch und Natur beim Bau berücksichtigt werden. Damit lässt sich hoffentlich eine Planung zumindest noch abmildern, die aus den Irrungen der sogenannten autogerechten Stadt entsprungen ist. Denn damals gingen die Planungen noch einmal aus, dass auch der Tunnel unter dem Frankfurter Alleenring gebaut würde. Die unterirdische Verbindung der beiden A 66 endet quer unter der Stadt. Da dieses schon immer etwas wahnsinnige Projekt mittlerweile auch offiziell beerdigt ist, muss die Stadtautobahn A 661 dann auch noch den Verkehr der A 66 aufnehmen. Dazu gehört dann auch der Durchgangsverkehr auf Verbindungen wie z.B. Fulda-Mannheim, der heute noch auf den bestehenden Autobahnen um die ganze Stadt herumfährt. Es werden mehr Autos als vorher durch Frankfurt fahren. Ich finde, das zeigt schon, wohin diese Ausbaulogik am Ende führt. Denn mehr Straßen verursachen mehr Verkehr. Das ist eine Binsenweisheit. Aber man muss es hier immer wiederholen als Antwort an all jene, die glauben, wenn man genug Beton in die Landschaft schüttet, dann wird es schon werden. Wer immer mehr Umgehungen, Abkürzungen und Rennstrecken baut, während die Schienenstrecken weitgehend stagnieren, macht die Pkw-Nutzung attraktiver und natürlich auch den Lkw-Verkehr. Wohin dieser Teufelskreis aus mehr Straßen und mehr Autos führt, sehen wir immer öfter. Viele Autobahnen in der Region sollen in den nächsten Jahren sechs bis zehnstreifig ausgebaut werden. So könnte es dann immer weitergehen, bis wir nur noch Beton und Lärm in der Stadt haben. Diese Wachstumslogik ist keine zukunftsfähige Politik. Das ist die Schussfahrt auf die Tunnelwand. Ja, die Menschen im Riederwald haben eine schnelle Entlastung verdient, genauso wie alle anderen Menschen, die an stark verkehrsbelastenden Straßen in Frankfurt oder anderswo wohnen. Stadtautobahnen sind ein überholtes Konzept. Sie stammen aus dem letzten Jahrhundert. Der Aus- und Neubau leistungsfähiger ÖPNV-Angebote, also zuallererst S-Bahn und U-Bahn, ist die bessere Alternative ergänzt durch multimodale Verknüpfungen wie attraktive Park-and-Ride-Angebote an den Stadträndern und außerhalb der Stadt, gute Radwege und Fahrradabstellmöglichkeiten, Car- und Bikesharing usw. Das wären integrierte Verkehrskonzepte, die sehr viel mehr wären, als einfach immer neue Straßen und noch mehr neue Straßen zu bauen. Auch andere Wege können gegen den ständig wachsenden Straßenverkehr wirken. Die Lkw-Maut könnte erhöht werden. Die Dienstwagenprivilegien müssen fallen. PS-Protze müssen zur Kasse gebeten werden. Dann muss auch in die Alternativen investiert werden, um damit eine Lenkungswirkung zu erzielen. Neue Strecken für den Schienen- und Güterverkehr, nach dem heutigen Stand des Lärmschutzes selbstverständlich und die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Auf dem Land muss vielerorts erst einmal wieder ein grundlegendes, verlässliches ÖPNV-Angebot hergestellt werden, das an Attraktivität und Flexibilität zumindest annähernd irgendwie mit dem Pkw mithalten kann. Drei Schulbusse am Tag bedeutet das nicht, aber das diskutieren wir auch im nächsten Tagesordnungspunkt. Auch finanziell ist die Alternative zum ÖPNV oft noch unattraktiv. Deshalb deutlich günstigere Busse und Bahnen perspektivisch hin zu einem umlagefinanzierten Nulltarif. Das würde dann auch die Autoschlange schrumpfen lassen. Heute ist das Auto vor allem für diejenigen, die es sowieso unterhalten, oftmals das kostengünstigste Verkehrsmittel, obwohl es die größten gesellschaftlichen Folgekosten hat. Wenn es immer so dargestellt wird, als seien die Autofahrer, die Melkku der Nationen, wie das die FDP gerne darstellt, aber auch der ADAC gerne behauptet, will ich nur darauf hinweisen, dass die TU Dresden schon vor einigen Jahren ermittelt hat, dass in Deutschland jedes einzelne Auto rechnerisch mit 2.000 € im Jahr von der Allgemeinheit subventioniert wird. Deshalb brauchen wir andere Alternative Verkehrskonzepte. Wir brauchen eine Verkehrswende. Gerade in den Städten müssen neben dem Ausbau des ÖPNV die zu Fuß gelegten Wege und das Radfahren attraktiver gestaltet werden. Das bedeutet auch, den fahrenden und parkenden Kraftfahrzeugen Platz wegzunehmen, den sie bisher im Überfluss belegen. Meine Damen und Herren, die Verkehrswende ernst nehmen, heißt Abschied nehmen von dieser Wachstumslogik. Wenn die Autobahnen immer breiter werden, mittlerweile um frühere Umgehungsstraßen gebaut werden und der Flughafen noch erweitert wird, dann haben wir bald eine Region, die in Beton, Stau und Lärm erstickt, statt Mobilität in einer lebenswerten Region. Dieser Tunnelblick allein auf das Auto und auf den motorisierten Individualverkehr hat mit intelligenter Verkehrspolitik aus dem 21. Jahrhundert nichts zu tun. Meine Damen und Herren, das Autobahntreieck am FASV-Stadion entsteht bereits. Der Riederwaldtunnel wird wohl gebaut. Das Kind ist jetzt natürlich nach Jahrzehnten falscher Politik in den Brunnen gefallen. Aber die Anwohner des Riederwalds haben den maximalen Schutz vor Lärm und Schadstoffen verdient. Wenn schon eine neue Stadtautobahn bauen, dann muss die Menschen verträglich sein mit maximalem Lärmschutz. Das muss in letzter Konsequent heißen, weitestgehende Einhausung für A 66, A 661 und für das Riederbruchdreieck. Vielen Dank. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Danke, Frau Wissler. Ich erteile das Wort an Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Autobahnplanungen im Osten Frankfurts laufen schon seit mehreren Jahrzehnten. Ja, der erste Vorschlag für den Lückenschluss am Riederwald datiert von 1974. Und ja, die aktuelle Linienführung ist von 1979. Das war der erste Vorschlag. Beim ersten Datum war ich drei, beim zweiten Datum war ich acht. Aber, Herr Lenders, Sie glauben, ich bin schuld, dass es so lange gedauert hat. Bitte sehr glauben Sie das weiterhin. Und ja, die A 66, der Tunnelriederwald, die damit eng verbundene Ostumgehung Frankfurt im Zuge der A 661 haben uns schon lange beschäftigt und werden uns das bis zur Fertigstellung des Projekts noch einige Zeit tun. Das ist auch klar. Es gab eine lange Auseinandersetzung, die hier gerade aufgeschimmert ist. So will ich es einmal sagen. Manches wurde umgesetzt, anderes nicht. Manches wurde zu Recht nicht umgesetzt. Ich habe den Planfeststellungsbeschluss der Alleen-Tunnel vor einiger Zeit aufgehoben, damit auch klar ist, dass dieses Projekt endgültig beendet ist. Aber auf der anderen Seite haben wir dort eine Situation, dass zwischen dem im Bau befindlichen Autobahndreieck Erlenbruch und dem jetzigen Autobahnende an der Borsigallee 1100 m fehlen. Das ist der Riederwaldtunnel. Ich glaube, dass am Ende doch hier Einigkeit herrscht, dass das jetzt beendet werden soll, fertiggestellt werden soll und dass wir danach einen Autobahnring rund um Frankfurt haben und Anschlüsse jeweils in alle Richtungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will an dieser Stelle auch noch einmal sagen, auch wenn der Riederwaldtunnel selbst sehr umstritten ist – Stichwort Verkehrspolitik, und ist das eigentlich das Richtige –, wer sich einmal jeden Tag die Situation in der Straße am Erlenbruch am Riederwald anschaut, der muss zugeben, dass das eine erhebliche Lärm- und Schadstoffbelastung für den Osten Frankfurts ist und dass der Riederwaldtunnel diese Situation sehr verbessern würde. Ich will hinzufügen, es gibt auch im wahrsten Sinne des Wortes Licht am Ende des Tunnels. Die Planungen und Vorbereitungen sind so weit vorangeschritten, dass möglicherweise schon im nächsten Jahr, also im Herbst 2017, die ersten Bagger zur Vorbereitung des Riederwaldtunnels rollen können. In einem ersten Schritt sollen drei unterirdische Leitungsbrücken gebaut werden. Das ist um die dort vorhandenen Leitungen Strom, Gas und Internet – das ist übrigens gerade in diesem Gebiet ziemlich viel – zusammenzubringen. Diese drei sogenannten Leitungsbrücken, die aber – anders als der Name Brücke sagt – nicht oberirdisch, sondern am Ende unterirdisch sein werden – werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Deckel des Riederwaldtunnels integriert. So, die Planungen und die Genehmigung für diese Arbeiten sollen nach Abschluss des noch laufenden Prüfverfahrens Anfang nächsten Jahres erteilt werden. Vielleicht beruhigt Sie das, Herr Lenders. Sie haben viel über die Einstufung von A 661, A 3 und A 5 geredet. Ich will an dieser Stelle nur noch einmal sagen, dass ich aus meiner Sicht feststellen kann, dass die Einstufung der A 661 mit dem Riederwaldtunnel erst einmal nichts zu tun hat. Herr Lenders, ich will Ihnen an dieser Stelle einfach einmal eine Frage stellen. Dieter Posch höchstpersönlich hat im Jahr 2009 den Spatenstich für den Bau des Autobahndreiecks Erlenbruch gemacht. Damals war der Planungsauftrag für die A 661 Fertigstellung der vollen Vierstreifigkeit mit Standstreifen. Wenn Sie sagen, ohne die Sechstreifigkeit der 661 könnte man den Riederwaldtunnel nicht bauen, dann frage ich Sie, wie konnte Dieter Posch im Jahr 2009, ohne die Sechstreifigkeit im Bundesverkehrswegeplan zu haben, und den Ausbaugesetzen eigentlich diesen Spatenstich machen. Denken Sie ein bisschen darüber nach, dann fällt Ihnen ein, dass dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt ist. Herr Al-Wazir, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich möchte Ihnen dennoch darlegen, wie es zu den Einstufungen von A 661, A 3 und A 5 im Bundesverkehrswegeplan bekommen ist. Wir sind überzeugt davon, dass einerseits eine Veränderung bei A 3 und A 5 einerseits und andererseits ein Ausbau der Autobahnkreuze am Ende für die Mobilität in der Region mehr bringt als ein Ausbau einer eher innerstädtischen Autobahn. Dass es also nicht nur besser ist für die Anwohnerinnen und Anwohner, sondern dass auch insgesamt eine höhere verkehrliche Wirkung hat. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass die A 3 und die A 5 die weiträumigen Verkehre schneller und flüssiger abwickeln können, als das über die innerstädtische A 661 möglich wäre. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, es gehört dazu, dass die A 661 durch städtischen Raum verläuft. Das ist von allen angesprochen worden, von fast allen, von Herrn Lenders nicht. Dass natürlich die Planung und auch die Durchsetzung eines sechsstreifigen Ausbaus in diesem Bereich, ich drücke es einmal vorsichtig aus, komplizierter ist als beispielsweise der Umbau des Offenbacher Kreuzes oder die Erweiterung von A 5 und A 3, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass man die Planungsmittel lieber in Projekte investiert, die eine Realisierungsperspektive bis 2030 haben, wie beispielsweise in den Umbau des Offenbacher Kreuzes. Herr Lenders, es gehört natürlich auch dazu, dass man sich alles anschaut. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, natürlich gehört jetzt in das sogenannte Planänderungsverfahren Tunnel auch die Betrachtung der weiträumigen Umgebung. Da hat die Tatsache, dass beispielsweise die Nordmainische S-Bahn im Knoten Frankfurt jetzt im vordringlichen Bedarf ist, eine Rolle. Da hat selbst die Tatsache, dass von Hanau bis Offenbacher Kreuz die A 3 jetzt im vordringlichen Bedarf ist, was sie vorher nicht war, weder im Bundesverkehrswegeplan noch im Entwurf dessen, ebenfalls eine Rolle. Man muss sich, wenn man das Ganze rechtssicher machen will, alles anschauen, was vom Osten Frankfurt in Richtung Mitte von Frankfurt-Rhein-Main geht, damit man nachher eine rechtssichere Planung hat. Genau das tun wir jetzt. Herr Lenders, weil Sie gesagt haben, ich hätte so eine Art versteckte Agenda, dass ich den Riederwaldtunnel scheitern lassen wollte, wenn ich den Riederwaldtunnel scheitern lassen wollte, dann hätte ich nichts geändert. Dann hätte ich es einfach so weiterlaufen lassen, und dann wäre das Ganze vom Gericht am Ende aufgehoben worden. Da frage ich Sie, wäre Ihnen das lieber gewesen? Deswegen gehört dazu, dass wir uns beim Änderungsverfahren Tunnel natürlich auch die Bevölkerungsentwicklung anschauen müssen. Ich will das noch einmal sagen. Planfeststellung 2007 hatte als Grundlage Verkehrsprognose aus 2004, Prognosehorizont 2015, Bevölkerungsanstieg prognostiziert 710.000, danach Bevölkerungsrückgang. Im Prognosehorizont 2025 wurde mit 650.000 Einwohnern in Frankfurt gerechnet. Sie wissen, Frankfurt schrumpft nicht, Frankfurt wächst. Im September 2015 haben wir eine neue Verkehrsprognose beauftragt. Die Prognose war dann 739.000. Inzwischen sind die Zahlen der Hessenagentur für das Jahr 2030 mit 807.000 Einwohnern prognostiziert. Natürlich hat ein solcher Einwohnerzuwachs auf eine eher innerstädtische Autobahn, die zum Pendeln zwischen Kalbach und Ostend benutzt werden. Ich habe es jetzt nur einmal innerstädtisch genannt. Man könnte auch Bad Homburg und Offenbach sagen. Ich habe jetzt einmal Kalbach und Ostend gesagt. Deswegen ist klar, dass man das untersuchen muss. Wenn man es nicht untersucht, kann ich Ihnen Brief und Siegel darauf geben, dass genau das in einem Gerichtsverfahren, das ebenfalls mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommt, als Planungsmangel angewiesen wird bzw. eingebracht wird ins Verfahren. Genau diesen Planungsmangel wollten wir nicht liefern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was kann man dagegen haben, wenn man den Tunnel will? Herr Lenders, vielleicht haben Sie eine versteckte Agenda, die mir bisher noch nicht klar geworden ist. Ich will deswegen sagen, wir schauen uns die aktuelle Prognose an. Wir schauen uns die Anfang Dezember vom Deutschen Bundestag verabschiedeten Ausbaugesetze an. Da hat sich nämlich auch noch einmal etwas verändert zwischen Beschluss Bundeskabinett und Beschluss Deutscher Bundestag, nämlich die Aufstufung der A 3 von der Auffahrt Hanau bis zum Offenbacher Kreuz, von sechsstreifig auf achtstreifig. Auch das muss man sich anschauen, weil natürlich die Frage zu klären ist, wer welche Autobahn benutzt. Natürlich werden wir dann die Verkehrssimulation mit den aktuellsten uns vorliegenden Zahlen durchführen. Ich will an dieser Stelle sagen, wir werden deshalb – da bin ich sehr zuversichtlich – eine Planänderung vorlegen, die sowohl die prognostizierte höhere Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt berücksichtigt als auch die sonstigen Veränderungen. Deswegen zeigt, wie im Osten Frankfurts der Autobahnverkehr flüssig abgewickelt werden kann. Dann können Sie sich im nächsten Dezember oder November den Setzpunkt sparen. Aber da wir, glaube ich, im September Bundestagswahl haben werden, sind wir gespannt, was die FDP im August 2017 als Setzpunkt hier hat. – Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. – Danke, Herr Staatsminister. – Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Bär zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Auch wenn ich stimmlich angegriffen bin – ich muss sagen, nachdem ich der Debatte gelauscht habe und insbesondere in Ausführungen von Herrn Minister Al-Wazir, hier hat es mich als Frankfurter Abgeordnete echt nicht mehr auf dem Sitz gehalten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das ist die reinste Verdummung der Bevölkerung, die dort nicht nur aus dem Frankfurter Osten, sondern im Main-Kinzig-Kreis, im Wetterau-Kreis im Frankfurter Osten tagtäglich nicht nur im Stau langsam fährt, sondern im Stau im wahrsten Sinne steht, und das nahezu rund um die Uhr, Herr Kollege Bellino. Das hat Rückwirkung, Herr Kollege Bellino, auf Offenbach auf Offenbach-Land. Das hat Rückwirkung bis hoch in den Hochtaunus-Kreis. Vielleicht sind Sie da noch nicht lang gefahren, und deswegen ist es eine Unverschämtheit, den Menschen in dieser Region zu sagen, dass sich vor 2031 an dieser Situation nichts verändern wird. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Herr Minister, es ist vielleicht für jemanden, der sich in der Materie nicht auskennt, geschickt zu versuchen, jetzt auf die Minister Posch und Rentsch abzulenken. Aber Sie wissen ganz genau, wenn Sie hier behaupten, dass zunächst nur vierspurig von Herrn Posch geplant worden ist, dass Minister Rentsch aufgrund der geänderten Verkehrsprognosen einen sechsspurigen Ausbau vorgesehen hat und dass damit genau das, was Sie hier angreifen, schon längst geschehen war. Nein, meine Damen und Herren, die Verschiebung des Tunnels im letzten Jahr vor der Kommunalwahl hatte doch, Frau Kollegin Wissler, keine Lärmschutzgründe. Da ging es doch nicht um die Anwohner. Lassen Sie sich das doch nicht vormachen. Der einzige Grund für diese Verschiebung war, um nachher hinterrücks auch die Abstufung der A 661 zu erreichen. Genau das ist es, was mit diesem Bundesverkehrspflegeplan jetzt geschehen ist. Herr Minister, es ist wirklich Hohn und Spott für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Wenn Sie Ihnen dann sagen, es wäre doch alles nicht so schlimm, Sie würden jetzt noch ein bisschen was planen und nachschauen, sich hier und da etwas anschauen, dann könnten ja Punkt 5 in Ihrem Antrag, CDU und GRÜNEN, ich würde mich schämen, als CDU so einen Antrag zu beschließen, dann könnte man ja ab 2031 noch ein bisschen was weiterentwickeln. Das heißt nämlich nichts anderes, als dass Sie dieses Projekt, und zwar sowohl die A 661 als auch den Riederwaldtunnel, beerdigen wollen an dieser Stelle. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ein eindrucksvoller, ein durchsetzungsstarker Minister hätte sowohl den sechsstreifigen Ausbau der A 661 als auch die Veränderungen auf der A 3 durchgesetzt, damit der Verkehr nämlich endlich wieder fließt und nicht ständig steht, Herr Kollege Bellino. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Doch, ich reg mich deswegen auf, weil ich nämlich weiß, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie viele Handwerker, wie viele Logistiker, wie viele Familien jeden Tag betroffen sind. Ich sage Ihnen noch etwas. Es ist eine Frechheit, hier auch noch zu behaupten, Herr Kollege Bellino, dass ausgerechnet der grüne Verkehrsminister – ich habe das Wort, wenn Sie möchten, dürfen Sie sich für Ihre Fraktion noch einmal melden – dass ausgerechnet dieser grüne Verkehrsminister sich jetzt hinstellt und sagt, der Ausbau der A 3 ist doch die Entlastungsfunktion, das habe ich doch angeboten. In Wirklichkeit ist doch genau umgekehrt, Herr Minister. Sie wollten den Ausbau der A 3 nicht. Die GRÜNEN haben im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestages dagegen votiert, und nur die Große Koalition hat gesagt, man kann nicht beides streichen. Herr Kollege Bellino, wo waren denn bitte schön die CDU-Abgeordneten? Wo waren die Landtagsabgeordneten gegenüber diesem Verkehrsminister, als er seine Stellungnahmen abgegeben hat? Wo waren die CDU-Bundestagsabgeordneten im Verkehrsausschuss, die sich nicht zu Wort gemeldet haben, als es um die A 661, als es um den Ausbau des Riederwaldtunnels ging, sondern die glatt in Kauf genommen haben, dass durch eine solch perfide Agenda dieses Bauprojekt auf ewig sterben wird? Genau dagegen werden wir uns als Freie Demokraten wenden. Herr Minister, das kann ich Ihnen garantieren, nicht erst im September, nicht erst im August. Wir werden das zum Thema machen, jede Woche, bis dieser Tunnel und diese Autobahn endlich ausgebaut sind, und zwar so, dass der Verkehr fließt. Sie müssen zum Ende kommen, Frau Beer. Ich komme gern zum Ende, aber ich sage Ihnen, Herr Caspar, Sie werden es erleben, mit den jetzt steigenden Pendlerströmen werden auch die jetzt schon vorhandenen Brückenbauwerke ihre Tragkraft nicht ausreichend haben, um den Verkehr dort zu bewältigen. Das heißt, Sie haben jetzt schon ein massives Problem, und dieses Problem ist größer geworden dadurch, dass Sie die Klappe dazu halten, dass durch eine perfide Agenda die Verkehrsführung im Osten Frankfurts behindert wird. – Herzlichen Dank. Danke, Frau Beer. Ich sage einmal als Frankfurter, wir machen jetzt ganz unaufgeregt weiter. Ich erteile Herrn Staatsminister Al-Wazir das Wort. Frau Beer, ganz kurz und ganz ruhig, weil es die letzte Sitzung vor Weihnachten ist. Ich stelle fest, der Bundesverkehrswegeplan jetzt, der übrigens deutlich umfangreicher ist, hat insgesamt 12 % der Mittel, die in das Bundesland Hessen gehen. Im letzten Bundesverkehrswegeplan waren es 7,3 % oder 7,4 %, je nachdem, wie man rechnet. Zweitens, weil Sie sagen, ich hätte eine perfide Agenda. Ich will einmal feststellen. Ich habe vorhin hier gesagt, die Linienführung des Tunnels ist 1974 – das war die erste Idee – und 1979 festgelegt worden. 1974 war mein Vorgänger Heinz-Herbert Kari. Danach folgten Herr Hoffi, Herr Schmidt, zweimal Posch, einmal Rentsch. Es ist vielleicht ein bisschen absurd. Only Nixon could go to China, und ich baue jetzt den Riederwaldtunnel. Danke, Herr Al-Wazir. – Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Was machen wir mit den Anträgen? – Weisen wir beide Anträge zur weiteren Beratung in den Ausschuss. – Herr Präsident, Herr Präsident, Herr Präsident, der crust yoß inançs